Als erstes mache ich die Vorwärtsrolle über Doni. Dafür nehme ich die Hand, die zu seinem Po zeigt, greife da rüber, er klemmt sie ein, ich rolle über ihn drüber und schlage mit der anderen Hand ab. Bei der Rückwärtsrolle setze ich mich auf Doni drauf, schiebe mein Po als erstes nach hinten, mein Kopf darf nicht auf den Boden kommen, schlage laut ab und mache die Rolle hinterher. Bei der Seitwärtsfallschule lege ich die Hand auf seine Gürtel, die zu seinem Kopf zeigt, laufe um ihn herum, setze mich neben ihm, meine Füße zeigen an seinem Kopf vorbei und habe nun eine Hand frei, um seitwärts zu fallen. Das Ganze geht auch etwas schneller. Das Ganze geht auch einer. Untertitelung des ZDF, 2020